Johannes 3, Vers 4 stark gewährt, und sie können dort meist nicht verstehen. Und von diesem Tag, wenn wir das an menschlichen Sein bekämpfen, dann können wir das auch nicht verstehen. Und dann sehen sie am hastigsten Falsch, sehen sie, viele von der Gänge und sie dürfen hier sehen. Dort sind Horde wird. Wer kann dort verstehen? Und direkt dort, wenn wir von diesem mit uns menschlichen Denken und Jesus seine Dinge, Jesus seine Worte gettetet, die sind meist nicht zu verstehen. Die können meist nicht verstehen, was er damit meint, dass er seine Dinge hier seien. Und eines heißt, die Zafar sagt, wenn Jesus eine Worte, dass seine Dinge darüber angefreht werden, dass er gesagt hat, dass er früher steht, ging dort. So er lernt nicht mal zu müde reden. Er sieht, was nach steht, ging dort, was er gesagt hat. Was soll er denn sein? Wenn er den Menschen sehen will, sein, dreht die Hand vor, wo er erst wird. Dort leben kriege ich wie durch den Gäst. Dort Fleisch kann du rein nichts halten. Bei mir dort eigentlich und red sein Gäst und sein Leben. Und das wird hier am dreistastigsten Falsch sein, der zeigt die Grunde, dort Fleisch kann du rein nichts halten. Das Fleisch kann uns durch den dreistastigsten Falsch verstehen, wenn er sagt, dass sie sagen, die Menschen sehen, sie Fleisch essen und sie blöd trinken. Wo kannst du das verstehen, wenn das denken, wenn du bloß fleischlich denkst? Das geht gleich zu verstehen. Und das vor allem er im dreistastigsten Falsch sagen, dass Leben kriegt durch den Gäst. Das wo du leben werden ist. Und das wird er auch sein sein Gäst in sein Leben. So wo kommt ans wirkliche Leben her? Wo ist ans wirkliche Leben? Das ist ein Gäst. Wenn Gott sagt auch in Johannes das Ex Gäst, wer immer will anbieten, muss ihm ein Wort hat und Gäst anbieten. So was immer wir verstehen wollen, sind wir verstehen, was er meint, das muss wir mit uns Gott und Gäst tun. Und das wird Jesus uns sein wollen. Wenn wir wieder treffen und Johannes kennen wird, in der erste Part von dem Kapitel, das wurde 5000 man äh eten geben det von bloß ein paar Braut und ein paar Fasch. Und das worum so viele Menschen wollen ankommen und sie wollen am du der meracht und kann nicht merken und er dort die Zeit steuhen. Wenn das nicht verwirrt, er hier kommt, er wird kommt um entraten und wieder am farsch du der end dort die lich merken, dass dort es nicht word eten von he and Alma wird mit paar Braut und paar Fasch fiefdüsen Manner Meier frühes in Känger eten geben dort nicht wo das Leben werden ist dort nicht wo das Leben von her kommt für uns Körper ist dort wo der Körper von leben det aber uns gest dort lebt von einem dreus hast der farsch und Johannes saß was he sahen det dort der wir dreht sein gest in sein leben dort wo ans leben ans wirkliche leben wo der anhalt wo der wird es dort von wo das kommen det aber man kann sein sohne die nicht glauben wie Jesus wisst von anfang an wo die werden die nicht glaubten in wer am verruhen wird so he die einfach glück die sein dass nicht jeder ein von den gläuft von dann an gingen fehl von sinne gingen tre und gingen nicht meure men an das sagt du wir nicht bloß im po wo du ist dort so wach ging aber sehr du wier fehl wo du wach ging du wier fiel wo du füch ging und du könnt und du von de seien die warst wo hei euer freund de wer seien de menschen dort sie in de so reut werden zu seien wer die menschen seien wer hei wir aber wann sie dort nicht am hoiten klar horen wer jesus wir dort voran wenn diese dinge abkämen dann können sie dort nicht verstehen was jesus seien und sie werden einfach belädig und gingen du wach wenn sie können dort bloß mit menschlichem Verstand verstehen und nicht dort wo jesus seien dort fleisch dort haupt du rein nisch dort fleischlich denken haupt an das nisch dort ist der gest wort dit es vom wort her reden det dort ist ein gest und dort wird dir leben bringen det und sie können nicht verstehen sie gehen du wach und sie werden belädigt dass die wird in den 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 wach seien doit dann seien jesus te auf seine nöste gehen weil die auch wach koan und vroeg was weil die auch noch verloren wenn die wollen den got nie ich nicht tre he wird nicht dort he wird proben ein tre te halten we viel von uns wir würden leuwer schwind tumult leiden am dass wir nicht würden ver den nicht würden verl aber jesus wird nichts ist dort he se bloß merkt june entscheidung von wach guan es gyn dort auch to euch wat ag gesagt ha weil die auch mit der andere top hier verloten dann seht simon peitres ta am krag die wo dan an matthäus seht dort wer jesus wehr und jesus seht dit haf kein fleisch blaut die ope boort aber dit haf die himmlische fuder die ope boort wer ag seht sie und hier die peitres bares ich das erste müh lobe merken seht haren wem so wie goon diene wird sind auf get leven so he kund dat verstohen do zwo leven her keim wenn dat he hilt na hama und dat fo wat god am ope boort hoort wer jesus christus wie dat dat god sehn wiet en wien he dat an sehn hoort goos klar hoort kunt kainer am dat waich nehm dat brennt am en dat kainer am waich nehm en hoort dat na hama betan van de onder ook zo vele wieren worden waich gegone hij hoort dat dan noch goos kloor dat tot is woord leven keim wenn dat hoort hij gehad god am ope boort en zin hoort en do hilt hij ab wat haf god die ope boort en dienen hoort wat du apgedacht haf en dienen hoort wat abbränt zo dachen doi wat zo abworm doi wat hoort in dienen hoort je ope boort dat kon keim mensch die wach nehm en dat wahl god die doa han dat zine ope boor en wat am heidi ope boor dat dat as waar het bo hai wat die nisch niet sein nisch niet ope boor wat niet hundert percent met de bibel taub dan as dat niet van hem lischen vood dan as dat niet van god en dat moet we klaren wat amma ons am san ne camp wat amma ons in hoort warm wat dat abdachen dat van dat van van jes is dan wordt dat amma met de bibel taub stem dat kon niet gen zich salz reden en an se peitrus dat zine viet wie leven wo hij saas zel han woon en wie nan ze dan nog ab dat nog taub en wie san ons ook bet du je kom ze san bet du je kom dat wie glijven en ook we niet pas glijven aber ze wissen dat dat jesus christus god zijn helder seen wie dat bestemt hij hier nog helemaal ganz klo dat hij zich überzeugt dat hij zich rein ganz zeker geworden dat dat wat god hem gezegd hat wat hem oot oot en dat twibelt hij niet an dat wat hij weet en jesus seet hij en en zevend is de part hij niet goed wel en een van jund as een beza fiend hij zet hij hij jund zelf geweld maar een van jund as geloof niet aan mij hij brugt soja sterk gewid hij zet du en to dat is een beza fiend dat soja brug geriet over dat wat jesus deed hij deed niet rosen mool hij deed niet glad reden hij red zo as wat gade am dat ute woren deed en on steed zet dat act zah jim plus dat wat act van de voodder zoi dat wat act junt zoi en junt lier en hij red as hij dat een van die wierde bij zafiend dan red hij van jodas ischariot dat werd so jodas dat dan al deze broe werd en dat verleidde jesus nog niet mool hij blijft dan hij blijft dan och du ischariot jesus en ging to alle ween mad wierde dan wierde ding abkomm die koste niet verstuen wo ram de ding sa sand oz de sand wierde jokso die koste niet met din fleisch met in je dat koste dat niet verstuen dan kekno jesus sine wierde wenn da san leven en da san war het wat sa en wat sa en die 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 verdiene en die situation wo die van ban bas en de om stand wo die van ban bas wo die niet met weiz wat die niet verstuen kost met din fleisch licha danken dan kek en god sin wo nan ha och no god sin stem nam en gebeten met god en frio am os he di dat wel wiesen en won du en voi de ban bas en ding ban den frio jesus der wo hoi an de om stand ban as he wald i dot wiesen en wanne du do wos he di do wot ken wiesen du do wos s line in a ins get ken ik dot s an ins kek dot foil dot wot di help dina am stende darch to kum en dot d koss met en frau to a dot d do krof du darch kriën chum day ding darch korn hat